So, hallo meine lieben Freunde, ich bin drei Tage in Singapur, versuche mal möglichst gut die Emotionen dieser Stadt für euch einzufangen. Es geht los, viel Spaß! Wuhu, da waren gerade Düsen, die jetzt direkt über der Stadt, warum auch immer. Scheiße laut war das. Ich habe mich eben schon gefragt, was das war, da war ich noch im Hostel. Scheiße! Geil! Wuhu, machen die einen Lärm, ey. Das sind Düsen, jetzt kommen sie schon wieder. Hört man das? Oh, baby, you mess up. Oh, baby, you mess up my mind. Oh, baby, you mess up. Come on, babe. Welcome to Rundslau. Bye. Singapur, meine Lieben, ist der absolute Hammer. Man kann es sich nicht vorstellen. Es ist so krass. Man muss hier gewesen sein.